Hallo Leute, mein Name ist Knut Sträfling und ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der SEDEK Chemie GmbH in Brandenburg an der Havel. Eigentlich nutze ich ja die sozialen Medien relativ wenig und poste auch nicht übliche Mittagessen, Abendessen oder andere unwichtige Dinge. In Anbetracht der Situation, die wir zurzeit haben, ist es jetzt aber doch an der Zeit auch mal einen dringenden Appell wirklich an alle Menschen in unserem Land zu richten. Ihr wisst alle, wie die Situation in Italien ist und wir alle wünschen uns, dass das hier bei uns in Deutschland nicht eintritt. Aktuell haben wir jetzt fast 17.000 Infektionen und es ist doch ganz klar, dass viele Menschen besorgt sind und Ängste haben und natürlich nicht möchten, dass sie auch infiziert werden und erkrankt sind. Aus diesem Grund stehen seit etwa drei Wochen die Telefone bei uns nicht mehr still. Viele Menschen bestellen sich Händedesinfektionsmittel oder Flächendesinfektionsmittel. Darunter sind Handwerksfirmen und viele Büros, aber auch ganz viele Privatpersonen, die Sorge haben, dass sie sich eventuell anstecken könnten und glauben und hoffen, dass sie mit einem Desinfektionsmittel vorbeugen können. Das ist auch durchaus richtig. Allerdings muss man sagen, ist in der Zwischenzeit es nicht mehr möglich, Rohstoffe zu kaufen, um Desinfektionsmittel herzustellen und es gibt auch keine fertigen Desinfektionsmittel mehr auf dem Markt. Ein Großteil meiner Zeit bringe ich damit zu, den ganzen Tag gemeinsam mit meinen Kollegen überall in ganz Europa herum zu telefonieren, um irgendwo Desinfektionsmittel zu bekommen, um Rohstoffe zu bestellen, was auch immer möglich wäre. Aus dem Grund ist es mir auch nochmal ganz wichtig, hier an dieser Stelle zu sagen, Privatpersonen benötigen keine Desinfektionsmittel. Bitte tut mir den Gefallen, lasst diese Desinfektionsmittel für die medizinischen Bereiche. Das Personal dort ist zwingend darauf angewiesen, die wenigen Desinfektionsmittel auch verfügbar zu haben. Das Coronavirus hat eine Hülle. Diese Hülle ist eine Fettschicht. Desinfektionsmittel funktionieren so, dass diese Fettschicht angegriffen wird und damit das Erbgut nicht mehr in der Lage ist, freigesetzt zu werden und die Teilung und Fortpflanzung dann dieser Viren nicht mehr erfolgen kann. Wenn gleich auch für das aktuelle Coronavirus noch keine spezifischen Daten oder Studien vorliegen, ist es doch sehr sehr wahrscheinlich, dass das auch in diesem Fall genauso wirkt. Man benötigt also, neben Alkohol, was Fett löst, sogenannte waschaktive Substanzen. Waschaktive Substanzen befinden sich zum Beispiel in einer Flüssigseife. Diese Flüssigseife ist genauso wichtig und genauso einsetzbar im Bereich der Händehygiene. Wascht euch, so wie es empfohlen ist, gründlich die Hände. Etwa 20, besser noch 30 Sekunden lang. Sehr intensiv und sehr gründlich. Auch zwischen den Fingern komplett jede Stelle der Hände mit erreichen. Das führt dazu, dass die Viren, die man eventuell durch eine Schmierinfektion oder auch durch Husten oder Niesen, die sich in den Händlern befinden, damit praktisch abwaschen kann. Das funktioniert sehr sehr gut und ist für den Privatbereich auch vollkommen ausreichend. Aus dem Grund bitte ich euch noch mal inständig, kauft, wenn ihr etwas machen wollt, bitte Flüssigseifen. Flüssigseifen gibt es bei der Sedak in verschiedenen Größenordnungen. Einmal als ganz normale Flasche. Ihr könnt das in einer 1 Liter Flasche bestellen. Ihr könnt das allerdings auch im Kanister kaufen. Das gibt es im 5 oder auch im 10 Liter Kanister. Diese Produkte können wir nachproduzieren und alle Rohstoffe sind dafür verfügbar. Das bedeutet, der Schutz ist für euch gewährleistet. Jederzeit werden bei uns hier die Bestellungen abgewickelt und wir brauchen im Regelfall 24 Stunden, um einen Auftrag in den Versand zu bringen. Wichtig ist natürlich, dass in der jetzigen Situation hauptsächlich Online-Kanäle für die Bestellungen genutzt werden. Ihr könnt die Produkte bestellen im Online-Shop unter www.sedak.de. Relativ einfach zu bestellen, mit wenigen Klicks ist der Warenkorb gefüllt und abgeschickt. Ihr könnt die Produkte kaufen über Amazon. Einfach eingeben in die Suchmaske Amazon. Flüssigseife Sedak, Cremenseife Sedak und ihr werdet die Produkte angezeigt bekommen. Wir liefern innerhalb 24 Stunden aus. Das ist Stand heute sichergestellt. Wer größere Mengen braucht, kann natürlich auch gerne anrufen und fragen, ob die dann verfügbar sind. Ich bitte euch nur davon abzusehen, da alle Telefonleitungen unglaublich überlastet sind und unsere Mitarbeiter eigentlich den ganzen Tag wirklich nur beim Telefonieren sind.